recht herzlich willkommen zur 72 folge von avorian ja wir sind durchs tor geflogen und wie man sieht ist hier gar nichts los oder wie sehe ich das kein kein ist es ein endpunkt eine sackkasse nee da geht schon rüber wo sind denn die tore geblieben ach da hinten alles klar da sehen wir schon mal eins nord nord ost nee das wollen wir nicht wir wollen in die andere richtung da oben ist es dann fliegen wir mal dahin einmal mit vollgas dahin und dann dadurch immer noch auf der suche nach antigraf einheiten die wir ja hinter diesem riss dann haben und da müssen wir dann ordentlich einkaufen mitnehmen und dann geht's los so süd süd ost langer weg und passt nein okay jetzt sind wir hier jetzt mal gucken wo waren die denn und waren die so weit weg da unten sind die kaum zu glauben naja dann müssen wir da halt hin nach westen ist das aus tor das andere da unten ist noch ein ne das ist unser tor wo sind da oben sind noch welche alles klar süd süd ost das ist nicht dann west südwest ist ist alles klar also dahin dass man gerade das handelssystem noch angucken was das uns so verrät euch gibt es handel handelsrouten handelswege von einem handels posten zum anderen wieder kommen und die graf einheiten bewegen und das ganze für 21.000 ja wir fliegen dahin gucken aber gerade wie viel es da gibt und die graf da sind 103 gut die kommen alle auf gleich daneben und drauf geschossen nicht so gut so dann fliegen wir schnell dahin und holen uns wieder weg weil das ist ja jetzt eine geschichte die ist gut wir haben jetzt hier kaufen jetzt hier für 21 und die anderen waren für 26 eben die wir hätten verkaufen können schon alleine aber 103 können wir hier kaufen 30 haben wir sind 133 warum nicht reicht zum geld aber ich glaube 103 ging ja auch kaufen stand da voll bremsung docking port ansteuern und dann einkaufen auf geht's f güter handeln 103 kaufen gut kohle weg an die graf vereinheit drinnen so wer wollte die denn haben das ist jetzt natürlich hier nicht mehr angezeigt wahrscheinlich oder weil wir alle gekauft haben ist jetzt auch egal das wäre jetzt der das ist das reparatur dock da wenn wir jetzt ja ein bisschen was verdienen wenn wir das da weg machen das ist auch schon ausgewählt das reparatur dock ne also lass uns mal gerade f drücken ob wir da auch eine mission bei haben ne metallplatten wollen die haben wäre jetzt noch zu gucken ob im handelssystem metallplatten gibt ne gut das ist das hier nicht so war nicht schlimm so gibt es hier nichts und so ist ja auch nichts gut dann haben wir die anti graf einheiten wir können rein theoretisch noch ein paar mehr kaufen was man denn hier in astroiden ja so ich glaube springen schon zu diesem punkt jetzt hier hin weil das ist noch ein weiteres stück als ne warte mal das machen wir nicht mehr weil wir einfach aus dem runde da ist ein notruf ok wir fliegen wieder zurück weil wir haben ja jetzt erstmal die anti graf einheiten ist nur schade dass wir nirgendwo notiz gemacht haben wo wir hin mussten das war jetzt doof gelaufen wahrscheinlich spielt jetzt aber so direkt keine rolle erstmal west süd west ost tor süd süd ost tor wo ist unser tor jetzt da unten nord nord west ja dann fliegen wir da wieder zurück warum ist jetzt hier diese handelsbosten schicken markiert weil der wahre von uns kaufen will oder wie ist das das wäre das ja der würde jetzt 62 anti graf einheiten für 26 kaufen jetzt ist das west deswegen farblich markiert will ich aber nicht mehr oder nein ich muss muss diese mission machen weil ich glaube da gibt es dann mehr geld dafür das ist unser ziel wir wollen ja richtig kohle scheffeln das geht mit anti graf einheit nur auf diese art und weise also fliegen wir wieder durchs tor hier war die kreuzung wir wollten nach nord nord ost kann das sein wir wollen nicht nach nord ost das ist unser tor wo ist die markierung wieder von dem anderen tor dahinten wir wollen dahin west nord west wir haben jetzt 133 im bauch von diesen anti graf einheiten das heißt wir können glaube auch nicht mehr laden das heißt wir müssen den laderaum dann vergrößern um mehr laden zu können und geld hapert sie nicht werden doch noch 1,9 millionen oder war das an geld so jetzt haben wir hier dass man die säure geschichten glaube oder die wollten säure haben da ist es noch so jetzt ist hier ist auf jeden fall platin die wollen gold ok da unten ist auch noch einer eigentlich wollten ja säure haben aber da wir da wieder weg geflogen sind ist es wahrscheinlich auch so dass die das bringt uns jetzt nix taktische karte die frage welches hier das richtige war warte irgendwo konnte ich ja wenn ich das jetzt wüsste welche taste das war das sind die nächsten mit der tab taste aber irgendeine taste war es wo ich mit durchblättern konnte nur station da die g-taste ist es wohl ja das ist jetzt eine edelmetallmine die hatten jetzt platine aber das ist doof ich kann da zwar aber da geht hier auch gold aluminiummine nix hillmetallmine die holen silber stop da gehen wir mit shift zurück holen nicht jetzt habe ich den einen wahrscheinlich überblättert schwerlast frachter frachter west nord west tor edelmetallmine die waren jetzt mit platin gold die waren mit gold die hatten keinen auftrag dann sind wir fast durch bis auf das was jetzt kommt diese haben wir eben übersprungen die haben silber ich gucke lieber nochmal nach die haben auch silber schiff eins fängt bei meinem schiff wohl an und dann sind wir durch alles klar okay das war die falsche taste ich wollte jetzt gucken wir weiter fliegen tendenziell neige ich dazu zu sagen ne wir fliegen definitiv hin weil da edelmetallminen sind tor ist da oben 1 west nordwest das ist unser tor einmal hier durch aufpassen dass wir hier mal gegen ditschen da sind nämlich ganz viele sachen wenn wir da so zielen dann kommen wir da durch so und jetzt kurz auf das tor das sieht doch schon mal gut aus ne klappt so und dann haben wir wieder einen bereich mit edelmetallminen und die müssen wir gerade wieder durch zappen und gucken welche unsere ist so okay habe ich jetzt gedrückt da fangen wir mit uns an gut kreuzer handelsposten frachter siliziummine schwarzes brett nix hell nix nächste bergbauroboter die würden sich auch lohnen ne nix tor kupfermine kupfer bergbauroboter wollen sie jetzt alle haben auch noch bergbauroboter und da sind wir das heißt wir sind hier durch wieder falsche taste gedrückt m drücken wir jetzt wir brauchen minen da sind keine da auch nicht die müssen ja hier irgendwo gewesen sein da müssen wir hin ja da gibt es eine sackgasse nur das heißt wir müssten jetzt hier hoch fliegen ich würde aber jetzt den weg bis nach hm hm gute frage ne oder wir machen den weg hier lang wo müssen wir hin da ne ja dann fliegen wir hier hin koordinaten da eingeben und machen direkten sprung läuft besser so denke ich jetzt ist das tor da wieder so markiert keine ahnung warum müssen wir gucken kommen wir leider nicht ganz hin aber dann springen wir halt nach da sind wir knapp daneben auch vorbei oder wie ist das so jetzt lädt noch unser sprunggenerator da oben auf hier ist ja nix ne ne muss ich drücken dann sehe ich das hier ist nix so noch 5 sekunden 4 3 2 1 go so jetzt sind wir auf nächster nähe äh das ist da ist ja das tor vielleicht ist es das nordwest tor nähe und dann ist das das südwest tor fliegen wir da dorthin und dann da rein das wird dorthin kommen und dann sind wir bei den minen und dann muss man gucken ob die antigraf einheiten haben wollen oder nicht mehr ne das wissen wir jetzt dann nicht mehr wäre dann traurig wenn wir die weite reise gemacht haben um mit den antigraf einheiten durch die gegend zu fliegen und kein geld machen zu können ne das wäre der nachteil hier wird aber geschossen dann ressourcendepot eismine wollten die sowas haben ne die wollen was auch aluminium wollen jetzt auch an dem wir wollen die jetzt natürlich nicht ist klar das ding ist abgelaufen die wollen gar nichts also es bringt nichts etwas zu holen weil wir werden es dann doch nicht los die können vielleicht auch antigraf einheiten wollen aber es ist nicht so ja ok wer ist der sultan ok alles klar dann erstmal so hier gibt es eine möglichkeit fusions generatoren zu kaufen und zu verkaufen lohnt aber nicht Antigraf einheiten kann man hier aber definitiv verkaufen und zwar hier bei denen für 28 ja aber ich möchte das ja als mission haben das ist das problem ne was bringt mir das dann ist die frage wann eine mission dafür kriegst da ist der nächste sprung hin dann da sind noch weitere nienen tja springen wir da ein ich glaube wir müssen nur durch das tor erstmal wieder zurück ok und dann springen wir von da aus weiter könnte sein dass es dann reicht wirst wir mal gucken ne reicht dann auch nicht aber fliegen da hin Ost Nordwest Tor einmal in das Nordwest Tor dann rein und von da aus springen wir weiter und gucken ob das passt können bevor wir rausfliegen noch einmal hier reingucken das ist aber null also null nicht aber nicht interessant oder die menge wäre vielleicht interessant das kann natürlich sein ne so jetzt ist natürlich ein ding davor ist klar ne na jetzt können wir auch das tor da benutzen und dann da durchfliegen und hoffen dass da minen sind die unsere anti graf einheiten haben wollen auf geht's ab durchs tor zack so da sind wir jetzt durch unser schiff tor kreuzer kreuzer edelmetallmine nix aluminiummine 40 fusionsgeneratoren alles klar Güterschiff Güterschiff Erzmine da sind sie den doppelten preis das ist nämlich das entscheidende akzeptieren und hinfliegen so dahin und abliefern das ist das wichtige da sind Asteroiden drum herum da müssen wir ein bisschen aufpassen das war dann irgendwo gegen titschen ich glaube da könnte dann nimmens sein ein docking board ist hier unten da oben wäre auch einer gewesen aber alles gut F so das macht Geld und die graf erledigt so nochmal hier klicken kompromine fragen die wollen wir unsere aktoren haben ich glaube sind wir durch oder mal schauen die waren mit säure jetzt wohl eben hatten die noch keine säure und sonst generatoren unser schiff da war noch ein bergbauschiff das würde ich jetzt noch gerne nochmal anklucken ob da was geht gibt es hier was interessantes ok alles klar gut dann haben wir das erst erledigt dann müssen wir nächstes mal gucken wo wir dann hinfliegen um weiter an die graf einheiten zu verkaufen aber das in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss